Personenbezogene Daten begegnen uns im Umgang mit Menschen und in Projekten quasi ständig. Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und den Schutz dieser Daten immer im Blick zu behalten. Wenn das allen klar ist und man die vorgestellten Aspekte berücksichtigt, stellen DSGVO und Co. keine Hürde für Beteiligungsprojekte dar. Sie haben den Überblick verloren? Unter jugend.beteiligen.jetzt slash Videoreihe und auf unserem YouTube-Kanal können Sie sich alle bisher erschienenen Folgen der Webvideoreihe noch einmal ansehen. Über die Playlist, rechts neben diesem Video, gelangen Sie direkt zu den einzelnen Fragen dieser Folge.